Musik Hallo Susanna, Mensch, wie geht's dir? Hallo Anne, nicht so gut, ich habe Kopfschmerzen. Schade. Danke, und dir? Super. Das freue ich mich. Sag mal, was möchtest du zum Abendessen einkaufen gehen? Am Nachmittag. Was nimmst du? Ich finde das nicht gut, am Morgen gibt es weniger Gemänschen. Du hast recht. Ich kenne eine Mark in der Nähe. Nein, im Einkaufzentrum gibt es andere Angebote. Das ist die. Und wie möchtest du fallen? Zu Fuß? Ist es nicht sehr weit? Nein, ich möchte lieber mit dem Auto, weil es der Kerner ist. Das ist eine gute Idee. Wir können ein gesundes Abendessen machen und wir müssen Gemüse, Obst und Mineralwasser kaufen. Ich finde das langweilig. Wir können Fleisch und Kartoffeln quillen und Wein trinken. Ich bin ein festes Abend. Und wer kommt schon Abendessen? Freunde. Und Eltern? Nein, Eltern lieber nicht. Warum? Das ist ein besonderer Tag. Sie sind sehr langweilig. Na ja. Mensch, es ist zu spät. Ich muss leider schon mehr. Oh mein Gott, wie spät ist. Ich werde dich anrufen. Bis dann. Tschüss. Ich warte deinen Anruf. Tschüss. 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 Tschüss.